Du möchtest endlich Verantwortung übernehmen, um deine Angst endlich hinter dir zu lassen? Dann zeige ich dir heute einen Faktor, den du unbedingt beachten musst, damit dich deine Verantwortung nach vorne bringt und nicht ausbremst. Los geht's! Herzlich willkommen, ich bin André und wenn du heute das erste Mal dabei bist, dann starte jetzt am besten, indem du den Kanal abonnierst und die Glocke drückst, um in Zukunft kein Video mehr zum Thema Angstbewältigung zu verpassen. Ich sehe es immer wieder, viele Menschen wollen Verantwortung für ihre Gesundheit und ihr Leben übernehmen, doch sobald sie versuchen, Verantwortung zu übernehmen, machen sich negative Bewertungen breit und ein Gefühl der Reue sorgt dafür, dass sie sich nicht besser fühlen, sondern ihre Angst noch stärker wird. So sollte Verantwortung natürlich nicht aussehen, denn Verantwortung soll dich nach vorne bringen und nicht noch weiter ausbremsen und dafür sorgen, dass du dich noch schlechter fühlst. Und deshalb ist es so wichtig, Verantwortung zu übernehmen, ohne sich schuldig zu fühlen. Und was ich damit meine, ist Folgendes. Viele Menschen, die Verantwortung übernehmen wollen, nehmen ihre jetzige Situation und projizieren diese jetzige Situation auf die Vergangenheit. Sie reiten also ständig darauf rum, was in der Vergangenheit falsch gelaufen ist, was dann letztendlich zu ihrer jetzigen Krise geführt hat. Diese Menschen spielen also die Vergangenheit immer und immer wieder durch und halten dann dieser fest, wodurch noch mehr Stress und noch mehr Angst ausgelöst wird, anstatt dass sie Verantwortung im Jetzt übernehmen und somit die Angst aus der Welt schaffen. Denn die Verantwortung im Jetzt ist der Schlüssel und das möchte ich dir mal kurz an einer kleinen Grafik verdeutlichen. Hier oben siehst du, wie es viele machen. Sie hängen mit den Gedanken dauerhaft in der Vergangenheit und machen sich Vorwürfe, dass ihr vergangenes Handeln zu der jetzigen Lage geführt hat, die so ausweglos scheint. Sie sagen sich also immer wieder, wäre das und das nicht passiert, wäre es gar nicht so weit gekommen. Mit dieser Einstellung sorgen sie nicht dafür, dass ihre Lage besser wird, sondern sie rutschen noch weiter in die Opferrolle, was zu noch mehr Angst führt. Jetzt schauen wir uns mal an, wie das Ganze besser gemacht werden kann. Achtsam sein und den Fokus auf das Jetzt legen. Also nicht mehr daran festhalten, was zu der jetzigen Situation geführt hat, sondern die jetzige Situation als neuen Startpunkt nehmen. Denn nur im Jetzt kann man das eigene Leben beeinflussen und wer jetzt durch Verantwortung das Fundament für ein gutes Leben legt, der wird auch in der Zukunft davon profitieren. Das Gefühl der Reue basiert zu 100% auf Unachtsamkeit. Reue kann nur Macht auf uns ausüben, wenn wir mit dem Kopf nicht im jetzigen Moment sind, sondern mit dem Kopf in der Vergangenheit kleben. Achtsamkeit erleichtert es ungemein, Verantwortung zu übernehmen. Alles, was in der Vergangenheit passiert ist, ist völlig irrelevant. Es gibt keine Vergangenheit. Die Vergangenheit ist nur ein Konstrukt in unseren Köpfen. Sieh deinen Schritt in die Verantwortung einfach als neu anfangen, als eine Art zweites Leben. Und dein zweites Leben beginnt jetzt. Also fang jetzt an, das Fundament zu legen. Es ist, wie es ist. Was passiert ist, ist passiert. Also nicht nach hinten schauen, sondern jetzt handeln und damit deine Zukunft positiv beeinflussen. Alles, was passiert ist, egal wie schlecht du es in Erinnerung hast, hat zu deiner jetzigen Situation geführt. Und das ist absolut nichts Schlechtes. Deine jetzige Situation ist letztendlich das Sprungbrett in ein besseres Leben. Und damit meine ich ein Leben, das besser ist als vor deiner Krise. Und ich habe selbst erlebt, ohne diese Krise und ohne die Probleme hättest du gar nicht die Möglichkeit bekommen zu erwachen und hättest diese Chance somit auch gar nicht nutzen können und hättest dein Leben somit einfach weitergeführt wie bisher, also wie es die meisten tun, im hundertprozentigen Automatikbetrieb. Die eigene Verantwortung muss immer der erste Schritt in ein positives Leben sein. Wer seine Verantwortung an andere Menschen abgibt, der ist nicht mehr frei, weil andere Menschen Entscheidungen für ihn treffen müssen und somit sein Leben lenken. Aber da du hier gelandet bist, gehe ich davon aus, dass du das schon weißt und ich hoffe, ich konnte dir mit meinem Video ein bisschen helfen, das Ganze besser anzugehen. Wenn dir das Video geholfen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du den Kanal abonnierst, um in Zukunft kein Video mehr zu verpassen. Wenn du den Kanal unterstützen willst, dann kannst du das am besten tun, indem du dem Video einen Daumen nach oben gibst, einen Kommentar hinterlässt und ganz wichtig, das Video teilst. Danke für deine Aufmerksamkeit und wir sehen uns spätestens nächste Woche wieder. Bis dann.